UNTERTITELUNG Entschuldigung, Duda? Ich rede mit dir. Wo finde ich bitte schön den Personalraum? Du bist hier im Seminargebäude der Universität. Das weiß ich selbst, du Schlaumeier. Wie oft denn eigentlich noch? Wie oft was? Du bist jetzt schon der vierte, der mir sagt, dass ich mich am falschen Ort befinde. Victor Chondria University, Brain Science Institute. Ich verstehe, du hast ihn gefunden. Das höre ich auch zum vierten Mal. Du bist auf der Victor Chondria University eine Mittelschülerin? Hör auf dich dumm zu stellen, an der Universität studieren keine Mittelschüler. Du bist 21? Ganz genau, eine erwachsene Frau. Keine Mittelschülerin, keine Grundschülerin und kein Kindergartenkind. Was ist? Aber... Also... Tut mir leid. Ich entschuldige mich. Schwamm drüber. Auf der Welt reagieren alle gleich auf mein Alter. Kann ich mir vorstellen. Hast du was gesagt? Nein. Gar nichts. Nicht da lang. Zum Personalraum. Musst du da drüben raus und den Gang entlang bis zum Ende. Dankeschön. Sie ist 21? Daru würde geil eine legale Loli schreien, wenn er sie sehe. Kirio... Moreka... Aber wieso? Warum ist sie hier? Wird sie etwa wieder? Beruhige dich! Das ist die Beta-Weltlinie. Hier ist alles ganz anders. Ja. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020